Hallo und herzlich Willkommen in Mark Freizeit Kultur. Einmal öfter. Mein Name ist Alex und ich bin der Robert. Ich vertrete heute die Alex, die normalerweise neben dem Alex steht. Ja, denn andere Leute brauchen auch mal Urlaub und heute geht es eine richtig große Runde Mark, denn wir haben heute die erste Vorrunde vom SPH Band Contest bei uns. Genau, heute streiten fünf Bands um die Krone der Vorrunde. Genau und wir haben als erstes die Veranstalterin zu Gast bei uns, die Annemie Frauenlob. Genau, hallo. Hallo, grüß dich. Und wir werden uns mit allen fünf Bands noch mal unterhalten, um mal ein bisschen herauszufinden, ob sie Lappenfieber haben, ob sie schon nervös sind oder was sie sich vielleicht erhoffen und was es überhaupt für Bands sind, die heute antreten, weil ich habe gehört, es ist eine sehr bunte Mischung, die uns da heute erwartet. Genau. Bitteschön. Gut, aber zunächst wollen wir erstmal mit der Veranstalterin des SPH Band Contest sprechen. Für jemanden, der noch nie was vom SPH Band Contest gehört hat, was ist das eigentlich? Worum geht es da? Also, es ist ein Band Contest, der Österreich und auch deutschlandweit ist, für jung und alt. Man kann sich da bewerben, egal ob man eben schon Mitte 30 ist oder 16-jährige haben wir auch schon gehabt, wie gehört er. Ja, und es gilt auch für jede Musikrichtung und jeder kann eben teilnehmen und am Ende gibt es eben dann auch einen Gewinner. Okay. Und der Gewinner, was kann er denn gewinnen? Das ist unterschiedlich, aber es gibt Preise, wie eben, dass man seine eigene CD machen kann. Es gibt Preise, in Deutschland gibt es einen Preis, da darf man bei einem Konzert dann mitspielen, auch in Österreich. Genau, das sind so die Hauptpreise. Cool. Und wie bist du dazu gekommen? Ich bin über einen Freund jetzt zufällig dazu gekommen, eigentlich als Ersatz. Und ja, also mir taugt es voll. Ich bin jetzt ein paar Mal dabei gewesen und ja, es ist immer wieder nett, neue Gesichter zu sehen und neue Leute kennenzulernen. Wir haben im Vorfeld gelesen, dass es diesen Band-Contest schon seit 2008 gibt. Das bedeutet, ihr seid jetzt schon in der achten Season quasi. Du bist zwar noch nicht so lange dabei, aber hast du in der Zeit, wo du das Ganze betreust, gab es da schon irgendwelche so Band-Highlights, an die du dich jetzt heute so zurückerinnerst? Vielleicht eine besonders junge Band, weil ihr ja keine Altersbegrenzung mehr habt oder eine sehr alte Band oder irgendwas Abgefahrenes? Habt ihr da was erlebt? Ja, bei uns, also mir ist aufgefallen, es gibt total viele Burschen-Bands, aber ganz wenig Mädels-Bands. Und die abgefahrenste Band, die ich bis jetzt gesehen habe, das waren 16-jährige Mädels, die einen Barbie-Song gesungen haben. Also, ist auch was. So wie I'm a Barbie-Girl. Genau, zum Beispiel. Also Mädels, bewerbt euch für den Band-Contest, ihr habt es gehört, ihr braucht noch ein bisschen wachliche Verstärkung. Zum Schluss interessiert uns noch die Frage, ihr legt euch ja nicht auf Genres fest, ihr sagt, da kann wirklich alles mit spielen. Ska, Punk, Rock, Metal, Volksmusik wahrscheinlich auch. Wie ist das, wenn so viele verschiedene Genre aufeinandertreffen? Ist es das nicht schwer, da eine Entscheidung zu fällen als Jury? Unsere Jury wird immer gut durchgemischt und ist, glaube ich, so kompetent, dass sie wirklich entscheiden kann, hey, die spielen gut, die treffen die Töne und dann das bewerten eben. Ja, das macht unsere Jury. Sitzt du mit in der Jury? Ja, heute darf ich das erste Mal mit in der Jury sitzen. Dann wünschen wir viel Erfolg und viel Erfolg mit dem Band-Contest generell. Danke. Und vielen Dank für das Interview. Danke. Prost. Dankeschön. Dankeschön. Gut, den Anfang beim Band-Contest machen diesmal The Sellout. Und ja, hi Jungs. Wie ist das? Ja, hi. Grüßt ihr Sipp. Bist ihr Sipp? Ja, das ist ja. Grüßt ihr Sipp. Also du bist? Hi, grüßt euch. Servus. So, ihr macht den Anfang, was erwartet uns bei euch? Sipp? Ja, wir machen Uncharted-Frog und es gibt schon eine Zeit und wir sind voll motiviert. Wir haben zwar schon Bühnenerfahrung als möglich, aber bei einem Band-Contest haben wir halt auch nie mitgemacht. Und das ist halt wieder eine ganz andere Erfahrung. Weil sonst spielt man halt vor leeren Hallen und alles Mögliche. Und jetzt hört man schon, dass außer unserer Leute vielleicht ein paar andere auch noch da sind, die schon motiviert sind, auch um die Zeit, wenn wir öffnen. Und man begeistert alle die Leute durch Musik und auch wenn man, man soll nicht immer so voreingenommen sein von den Genres und alles. Und genau, wir schaffen es schon, dass wir mit unseren Alternative-Frog auch die Mettler wie man da schon ein bisschen umsägt. Und die werden wir sicher schon von den Suppen reißen. Genau, alles klar. Kurze Frage noch, seid ihr aufgeregt oder freuen ihr euch jetzt einfach, ob ihr einen Auftritt zeigt? Also, ich hab da mein Beruhigungsbier, wie es mit meinen Kollegen ausschaut, weiß ich nicht. Wir haben schon mehrere Beruhigungsbier. Wir haben aber ausgemacht, nur das Hänger, der auf Biertränger vor einem auftritt. Weil jetzt müsst ihr dem... Ich muss ja sowieso mal was ausmachen. Also, das muss ich schon sagen, nächstes Mal machen wir das schriftlich. Bitte. Wir haben ein wenig einigeres Regime, weil ich spielts nüchtern schon so einen Scheiß zusammen. Alles klar. Ich glaub, dass das mehr dann so was für das jetzt kann, ne? Sehr geil. Wir haben einen Gänzen sehr wohl noch. Alles klar, gut. Dann wünsch ich euch jetzt viel Spaß mit The Sail Out und viel Glück euch Jungs. Danke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Oke. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Was? Was zeig? Wo ist noch dabei? Hallo? Hallo? Dürfen wir kurz stören? Seidst du da? Danke. Super. Dürfen wir noch einen spüren? Dürfen wir noch einen spüren? Und jetzt? Dürfen wir noch einen spüren? Dürfen wir noch einen spüren? Ich hab raus! Das war's für heute. 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 Come on! Das war's für heute. Das war's für heute. Vollzeit bis jetzt. Ist okay? Ja? Okay. Das war's für heute. Jetzt war's für heute. Pauli? Maxi? Maxi? Yeah, Maxi. Das war's für heute. 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 Die nächste letzte Nummer ist safe enough! Bis bald, wir wollen den Setup, vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020